Die Zinsen in Europa werden sinken und zwar schneller als erwartet, so lautet die Prognose vom Chefvolkswirt der Commerzbank, Dr. Jörg Rämer. Was ihn zu dieser veränderten Prognose bewegt hat, das bespreche ich jetzt mit ihm in diesem Interview. Schönen guten Tag, Herr Krämer. Ja, hallo, Herr Kerscher. Kommt nicht so häufig vor, dass eine Prognose so schnell und so deutlich revidiert werden muss, was hat sie dazu veranlasst? Naja, das geht jetzt vielen so. Wir haben ja gesehen, dass im November die Inflationsrate im Euroraum viel niedriger reinkam als erwartet und wenn man das dann näher analysiert, dann sieht man, dass auch die unterliegende Inflationsentwicklung sich deutlich verlangsamt hat. Viel stärker als ich und auch viele andere das erwartet hatten. Das heißt, der Inflationsausblick ist besser. Vermutlich liegt es daran, dass der Rückgang der Inflation bei Energie- und Nahrungsmitteln, dass das sogar auf die Dienstleistungen durchschlägt, die eigentlich steigen sollten von der Inflation seither, weil die Löhne so stark steigen. Aber das wird wohl noch eine Weile überkompensiert dadurch, dass eben die Falle der Inflation bei Energie- und Nahrungsmitteln sogar auf die Dienstleistungspreise durchschlägt. Naja, und wenn die Rahmenbedingungen sich ändern, dann kann man auch mal seine Prognosen ändern. Das heißt, den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung nach vorne schieben. Wobei ich sagen muss, ich bin bei weitem nicht so aggressiv wie die Finanzmärkte. Herr Krämer, Sie sind eigentlich nie aggressiv. Das ist richtig, aber ich bin auch nicht, gehe nicht so weit wie die Finanzmärkte bei dieser Prognose. Eine andere Frage. Es stehen ja, und das wird auch immer wieder ins Feld geführt, ja immer noch die Tarifverhandlungen an. Und Tarifverhandlungen können natürlich ein deutlicher Treiber von Preissteigerungen sein. Kommt von dieser Seite Ihrer Ansicht nach nicht noch was? Ja, absolut. Also wir haben ja Anstiege der Tariflöhne, auch der tatsächlich gezahlten Löhne im Euro-Raum, die sehr kräftig sind. Und laut EZB sind die Neuabschlüsse, sehen zuletzt ein Plus von 6 Prozent im Euro-Raum vor. Das heißt, da ist eine große Kostenlawine bei den Arbeitskosten am Laufen. Und das wird sich auch mittelfristig durchsetzen. Von daher glaube ich, dass wir jetzt nur ein paar Monate haben, wo noch die rückläufige Inflation bei Energie- und Nahrungsmitteln noch durchschlägt. Aber das dann, sagen wir mal von den Jahresmitteln an, spätestens dann der Kostenschub von den Löhnen dazu führen sollte, dass der unterliegende Inflationsdruck wieder zunimmt. Und dass wir dann am Ende sehen, dass die sogenannte Kerninflation von Energie- und Nahrungsmitteln, dass die sich am Ende eher bei 3 Prozent als bei 2 Prozent einpendelt. Also auf die mittlere, längere Sicht ist das Inflationsproblem noch lange nicht gelöst. Das ist auch ein Grund, warum ich eben nicht so optimistisch bin, wie die Märkte, die ja schon für April eine volle Zinssenkung eingepreist haben. Ja, es gibt ja durchaus einige Ökonomen, die sagen, da wird ja schon im ersten Quartal was passieren. Was ist denn Ihrer Ansicht nach? Was sind denn und vor allen Dingen, wann sind die nächsten Schritte der Europäischen Zentralbank in Sachen Zinssenkung? Ja, also wir gehen jetzt davon aus, dass die Europäische Zentralbank zum ersten Mal ihre Zinsen senkte Ende Juni. Nämlich dann, wenn sie ihre Prognosen für die Inflation und die Konjunktur aktualisiert. Es gibt einige, die sehen das noch früher. Die Märkte, wie gesagt, schon im April. Aber die EZB, das sagt ja auch Frau Nagati, schauen natürlich auch auf die Löhne. Und da haben wir ja gerade besprochen, ist eben der Anstieg sehr, sehr ausgeprägt. Ich sehe also eben Juni die erste Zinsanhebung und dann insgesamt viermal um jeweils ein Viertelprozentpunkt bis zum Frühjahr 2025. Die Europäische Zentralbank schaut auch immer sehr, sehr wachsam auf das, was die US-Notenbank macht. Da ist ja Jerome Powell, der FED-Chef, ja relativ deutlich geworden. Was wird denn in Sachen FED, die die Europäische Zentralbank ein bisschen vor sich her treiben? Also es war in der Tat eine riesige Überraschung letzte Woche, als die amerikanische Notenbank offen zugegeben hat. Ja, wir sprechen schon über Zinssenkungen. Damit hat die amerikanische Zentralbank die Zinssenkungserwartung, die schon sehr aggressiv im Markt waren, weiter befeuert. Die geht jetzt davon aus, dass die amerikanische Notenbank im Mai zum ersten Mal ihre Zinsen senkt. Und dann würde die EZB dann mit einer Monat, anderthalb Monate Verspätung folgen. Das ist ja ein übliches Muster. Die amerikanische Notenbank hat ja auch viel eher als die europäische Zentralbank jeder Leitzins erhöht. Und ist sie auch früher gegangen und sollte dann auch früher beginnen zu senken. Herr Kreml, es stellt sich natürlich jetzt die Frage, Sie hatten es mehrmals erwähnt, das ist ja eigentlich irgendwie alles schon eingepreist. Werden diese Zinssenkungen im kommenden Jahr denn überhaupt noch irgendeinen Einfluss auf die Aktienmärkte würden? Ja, ein bisschen mit dem Einpreisen ist immer so eine Sache. Das sind ja Spekulationen, das ist Hoffnung. Wenn dann tatsächlich Zinsen sinken und nicht nur in den Erwartungen, dann hat das natürlich schon eine andere Qualität. Ja, natürlich, der DAX insbesondere ist ja sehr, sehr stark gestiegen in den zurückliegenden Wochen. Und da gibt es natürlich auch mal Gegenwind, vielleicht am Jahresanfang, wenn dann übertriebene Zinssenkungserwartungen etwas zurückgehen. Wenn klar wird, dass die Unternehmen in einer Rezession, in der wir ja wohl stecken, ihre Gewinne nicht so schnell erhöhen können. Ja, Rückschlagspotenzial, aber wenn dann klar wird zur Jahresmitte, dass nicht nur eine Hoffnung, dass die Zinsen insbesondere in Amerika im Leitmarkt sinken, sondern dass sie tatsächlich dann auch zurückgehen, wenn klar wird, dass man langsam beginnt durchzuschauen durch die Rezession, denke ich dann, im Ganzen denke ich dürfte der Aktienmarkt, das Aktienjahr 2024 doch noch ganz ordentlich werden. Denken Sie an dieses Jahr zurück, da waren ja auch die Prognosen hier vorsichtig und es ist ein klasse Jahr geworden. Aber was man auf jeden Fall sagen kann für die Anleihenmärkte, noch viel attraktiver als derzeit werden die Anleihenmärkte tendenziell eher nicht 2024. Naja, also das gilt ja spiegelbildlich jetzt, was für die Aktienmärkte galt, auch für den Rentenmarkt. Das, was wir vor anderthalben Monaten einen Renditerückgang prognostiziert hatten für das gesamte Jahr 2024, das ist jetzt in zwei, drei Wochen zu 80 Prozent schon gelaufen an den Märkten. Das heißt, es ist sehr, sehr weit vorgelaufen, aber trotzdem glaube ich, dass am Rentenmarkt insgesamt klar rückschläge am Jahresanfang aus den genannten Gründen, aber insgesamt glaube ich, dürfte das kein schlechtes Rentenjahr 2024 werden. Das sind doch Ausrichten, äh, das sind Aussichten. Vielen Dank, das war Dr. Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, die ihre Prognose für 2024 in Sachen Zinsen insofern nicht verändert hat, als dass sie nun sagt, die Zinsen werden schneller fallen als erwartet. Vielen Dank für diese Einschätzung, Herr Krämer. Gerne.